Und jetzt besonders an alle Herren hier im Zelt. Jetzt wird's so richtig schön. Bitte begrüßt mit einem stöhnen, staunen, schreien, was auch immer die schönste Frau, die ihr jemals gesehen habt. Bitte, bitte begrüßt die Geltin des Schlagers. Hier ist für euch Marianne Rosenberg. Die Habe hört zu mir, wie mein Name an der Tür. Und ich weiß ja, dass mir nie vergiss ich unser erstes Schmarr. Denn ich weiß, dass mir das erst mal ist. Ist es wahre Liebe, die nie mehr verliert? Oh, 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 oh. Wir brauchen alle zu klatschen. Ich sehe mal mehr, was los war. Wahrscheinlich war er wieder blau. Vielleicht hab ich was gesagt, vielleicht hab ich ja. Ich muss es endlich mal gehen. Ich sehe mal mehr, was los war. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017